Ich begrüße euch zu einem neuen Video und heute schauen wir uns eine alternative Schreibweise zu dieser Option-Klasse hier an. Und da werde ich euch zeigen, wie diese neue Schreibweise genau geht und was diese neue Schreibweise vielleicht auch für Vorteile gegenüber der alten Schreibweise hat. Als erstes noch ein kleines Dankeschön, wir haben nämlich fast die 500 Abonnenten erreicht, also vielen, vielen Dank, abonniert gerne und jetzt viel Spaß mit dem Video. Die alte Schreibweise hat ja so funktioniert, dass wir hier einen Wert festgelegt haben, den der User eingeben muss. Und hier haben wir dann eine Option-Klasse hingeschrieben und da verschiedene Sachen eingesetzt, nämlich einmal von welchem Typ das Ganze sein soll und dann einmal die Beschreibung, die der User sieht, wenn er den Command benutzt. Das Ganze können wir jetzt aber löschen und stattdessen nur den Typ hinschreiben, also nur Discord.User. Und es gibt jetzt einen ganz, ganz großen Vorteil, wenn hier Discord.User steht und nicht mehr Option. Und zwar weiß Python jetzt, von welchem Typ diese User-Variable hier ist. Das heißt, wenn wir hier irgendwo User benutzen und dann einen Punkt schreiben, dann wird uns automatisch alles angezeigt, was es da gibt. Und das ist natürlich sehr praktisch, wenn wir irgendwas Bestimmtes suchen und diesen Vorteil hätten wir eben nicht, wenn wir hier dieses Option hinschreiben würden. Um hier jetzt aber noch ein paar Einstellungen festzunehmen, brauchen wir den AddOptionDecorator. Den können wir einfach hier schreiben unter dem Slash-Command und da schreiben wir einfach AddOption. Das Ganze müssen wir noch importieren. Da schreiben wir hier einfach statt einem großen O ein kleines O hin, also from Discord.Commands, import Slash-Command und Option mit einem kleinen O. Und dann können wir das hier benutzen. Da machen wir erstmal ein paar runde Klammern und als erstes legen wir den Namen fest. Das wäre jetzt in diesem Fall User. Das heißt, ich schreibe hier einmal User hin. Dann können wir wie auch schon davor eine Beschreibung festlegen. Nur diesmal müssen wir jetzt hier schreiben, Description ist gleich. Dieses Description ist gleich mussten wir davor nicht hinschreiben. Jetzt müssen wir es hinschreiben. Und da können wir einfach reinschreiben, wähle einen User, genauso wie davor. Und das Ganze würde jetzt genauso funktionieren wie die andere Schreibweise, die wir am Anfang hatten. Mit dem Unterschied, dass wir jetzt hier dieses Discord.User haben und Python deswegen weiß, von was für einem Typ diese User-Variable ist. Hier habe ich jetzt noch ein zweites Beispiel, was die alte Schreibweise benutzt. Und zwar konnten wir bei dieser Option-Klasse nicht nur den Typ und eine Beschreibung angeben, sondern wir konnten auch zum Beispiel Choices angeben, also Sachen, die der User auswählen darf. Oder wir konnten Autocomplete machen. Und wie wir das in die neue Schreibweise übertragen, das zeige ich euch jetzt. Und zwar können wir hier wieder einfach schreiben, Add Option. Dann machen wir das O hier beim Import-Client. Und wir legen wieder als erstes den Namen fest. Der ist hier in dem Fall Auswahl. Dann können wir hier wieder eine Beschreibung festlegen mit Description ist gleich. Und alles, was wir hier jetzt sonst noch so reingeschrieben haben, das können wir einfach eins zu eins copy-pasten und dann hier oben genauso einfügen. Und hier unten schreiben wir statt diesem Option-Ding einfach nur den Typ hin, also String. Dann weiß Python wieder, was diese Variable hier für einen Typ hat. Wenn ich das Ganze jetzt mal ausführe und dann bei Discord slash hello eingebe, dann kann ich hier entweder Ja oder Nein auswählen. Und wenn ich hier was auswähle, dann antwortet der Bot einfach mit Ja. Hier könnt ihr, wie gesagt, alles genauso übernehmen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Integer habt, dann könnt ihr hier auch sowas wie Min und Max Value reinschreiben. Wenn ihr jetzt diese Option optional machen möchtet, also dass der User sie nicht unbedingt auswählen muss, dann könnt ihr entweder hier Required ist gleich False reinschreiben. Dann sehen wir hier, dass wir hier eine optionale Option haben, die wir nicht angeben müssen, aber die wir angeben können. Alternativ können wir das hier aber auch weglassen und stattdessen hier einfach ist gleich und dann zum Beispiel Ja reinschreiben. Und mit diesem ist gleich Ja legen wir sozusagen den Standardwert fest, den diese Auswahlvariable hier haben soll, wenn keine Auswahl festgelegt wurde. Das heißt, PyCod erkennt dann automatisch, dass diese Variable optional ist, weil die einen Standardwert hat. Und wenn der User dann nichts auswählt, dann wird diese Variable automatisch auf diesen Standardwert hier gesetzt. Wenn ich hier also slash hello benutze und nichts angebe, dann antwortet der Bot auch wieder mit Ja. Das war's auch schon mit diesem kleinen Update-Video. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, kommt gerne auf dem Discord-Seller vorbei, da helfen wir euch. Und sonst wünsche ich euch noch eine wundervolle gute Nacht, träumt was Schönes und wir sehen uns in der nächsten Folge.